Supremo-Kleber Nicht unbedingt das, was ich haben wollte Aber okay, ich wette, das Schwarzpulver kriegen wir nur in den Lieferungen, oder? Das kriegen wir nicht einfach so Okay, das heißt, die Sniper wird scheiß laut sein Das finde ich grundlegend erstmal unsexy Dann sneaken wir uns doch einfach mal ein bisschen ran Ich erkenne den Duda am Eingang noch nicht gut genug Sollte der nicht Probleme mit panzerbrechender Munition haben? Okay Dafür sind die da hinten jetzt alle total in Panik Das war halt nicht so clever Aber vielleicht schon Oh ja, ich habe es drauf Ja Ja Na komm raus Kannst du mir nicht auf den Sack gehen Okay, zumindest haben wir den dicken Typ schon mal umgeschlossen Ich habe den Schlüssel zur Waffenkammer Wer sieht mich denn hier? Okay So weit, so gut Können wir hier noch irgendwas looten Wo kommst denn du jetzt her? Das passiert bei streicheln? Das passiert bei streicheln Okay Was ist das? Sprühdose Da war glaube ich auch irgendwo noch Text Da war glaube ich auch irgendwo noch Text War eigentlich noch was zum Sammeln? Aber wenn man nicht stand hier nicht irgendwo lesen? Nein, Körper tragen Okay Hier lesen Hier lesen Die Schwangnahme von Cabo Raiza Martinez ist eine Belohnung ausgesetzt Unsere Quellen sagen, dass sie sich immer noch auf der Insel befindet Es gibt einen einmonatigen Urlaub und eine Medaille für die Person, die sie uns ausliefert Hey, wir kriegen Urlaub und eine Medaille Also Wenn wir Oder nicht Die haben Fernsehtoilettenpapier hier Medizin Scheiße, Medizin Ich brauche Schwarzpulver FND Verlustmeldung Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Sohn im Dienst gefallen ist Er hat ein Kinderkrankenhaus heldenhaft verteidigt, als er von Feigen Von Feigen Guerilleros in den Rücken geschossen wurde Sein Opfer wird nicht vergessen Er war ein wahrer Yarana Unterzeichnet Captain Al Mares Ich habe das Waffenlager Das Uran ist da drin Den Alarm sollte ich ausschalten Und die Zukunft unserer Kinder Wir müssen unsere Felder beschützen Wie das Paradies Ich glaube, diese Gasel können wir nicht mehr retten, oder? Ich glaube, das Thema ist gegessen Und ja, ich weiß, wir sollten Wozu Ich weiß, wir sollten eigentlich ganz woanders hin Aber ich brauche Loot Loot ist Hier ist nichts los, oder? Also niemand? Oh, wir hätten uns halt voll cool hier rein sneaken können Wenn wir das vorher gewusst hätten Oh, da ist noch irgendwas Kommen wir da rein Verschlossen Wir können bestimmt hier rum sneaken, oder? Nicht? Ich will die Sachen da haben Wie komme ich da rein? Oder wir fliehen hier so Das kann natürlich auch sein Okay, ich gehe erstmal wieder hoch Na komm Können wir die Was genau passiert hier? Was sind diese gelben Zuckungen auf meinem Screen? Ja, ja, ich weiß, wir müssen das Uran holen Aber Ich muss hier nochmal kurz hoch Und sicher gehen, dass uns hier keiner plötzlich Mit dem Mörser in den Rücken schießt Mörser benutzen Ne, möchte ich gerade eigentlich nicht Kann ich das Ding eigentlich irgendwie einnehmen? Ich meine, hier lebt quasi niemand mehr Da glitzert irgendwas im Rasen Soll das so sein? Ist das ein Scheinwerfer? Ich bin mir unsicher Wenn wir da runter gehen Kommen wir jemals wieder hoch? Fragen über Fragen Und warum können wir diese Kanone nicht benutzen? Uh, hier können wir bestimmt mit dem Fallschirm Weg sprinten Das wäre auch ganz cool Achtung, Zugang zur Waffenkammer Aufgrund unbefugten Umgangs mit dem Uran Ist die Waffenkammer ab sofort abzuschließen Der Schlüssel verbleibt bei mir Im Kommandoraum liegt ein Ersatzschlüssel Aber niemand darf den Kommandoraum ohne meine Erlaubnis betreten Unterzeichnet Käpt'n Alvarez Was haben wir hier? Schießpulver Yay Animation erfüllen Nice Kommt hier jetzt noch wer oder Haben wir hier jetzt einen entspannten? Was ist das da eigentlich für eine Waffenmarkierung auf der Map? Die ist schon unten, oder? Also wir stehen da jetzt Oder ist das hier? Das ist wahrscheinlich das Ding, was wir unten gesehen haben Wo wir nicht angekommen sind Können wir nicht mitnehmen? Okay Spannend, dass das geht War jetzt aber nicht so mein Plan Ich würde da schon auch ganz gerne im Keller irgendwo reinkommen Aber ich weiß nicht wie Ich weiß nicht mehr, wo das war Hier irgendwo, ne? Das muss doch irgendwie machbar sein Ich meine, wir haben halt einen verdammten Schlüssel Und das wird ja jetzt nicht der Schlüssel aus dem Kommandoraum sein, oder? Ich meine, im Kommandoraum ist ja nur der Ersatzschlüssel gewesen Und den eigentlichen Schlüssel haben wir ja schon Also es würde halt gar keinen Sinn machen, den Schlüssel zu holen Wow, wirklich? So einfach? So einfach? Der Autokrat Eine Pistole Okay Na dann können wir ja jetzt gehen Müssen wir mal gucken, auf welcher Taste der Fallschirm ist Damit wir nicht gleich Also ich würde schon gerne da runterspringen Wo ich die Idee hatte, dass wir da runterspringen können Aber ich wüsste ganz gerne, auf welcher Taste der Fallschirm ist Damit wir nicht direkt sterben Es wird im Zweifelsfall trotzdem passieren Aber ich meine ja nur Es ist Nacht geworden Können wir uns auch da runterlassen Aber wir müssen schon in die Richtung Also Fallschirm ist gar nicht so verkehrt Von der Ecke da Also wir landen halt easy irgendwo im Wasser Ja, wobei, vielleicht kommen wir safe darüber Gucken wir mal Ähm Optionen Tassadour und Maus Äh, fällt das unter Verkehr? Fällt das unter zu Fuß? Waffenrat, Hilfsmittel, Supremo, letzte Waffe Ducken, Rutschen, Springen, Nachladen, Interagieren Handy, Kamera, Fotos 300 Primärwaffen PG2 What? Okay Hilfsmittel Fotomodus, Arsenal Kein Fallschirm Kein Fallschirm Ich meine aus dem Helikopter raus mit dem Fallschirm wäre ein Deal Deswegen könnte es hier stehen Aber Habe ich es überscrollt wahrscheinlich Was auch immer Angelito ist Aufwärts nicken Okay Es scheint irgendeine Mischung aus Farmflugzeug zu sein Ich bin gespannt So Ähm Ehellen am Boden auf Y ist halt super weird Fotomodus Fotomodus, ja das ist genau das, was ich suche Ähm Wir haben einen Fallschirm Ich habe nicht gesehen, auf welcher Taste es ist Aber ich schätze, es wird eingeblendet, wenn wir runterspringen Auf Leertaste Okay Wow Dachte ich, wir haben jetzt hier so einen coolen Gleitschirm Und können da halt voll weit mit gleiten Das war unspektakulär Okay, können wir auf unserem Krokodil nach Hause reiten Und da vorne stehen Pferde, oder? Ein Pferd Das war im Dunkeln schwer zu erkennen Hi Los Ja Genau Es ist alles okay Ich glaube ich bin aus Versehen auf den Hund geritten Das klingt falsch Okay, hast du das Uran? Si Aber mich interessiert immer noch brennend, was er damit vorhat So wie ich Juan kenne, kannst du dich auf eine Wahnsinnsüberraschung gefasst machen Wir sehen uns im Lager Diese Guerilla-Fade entdeckt auch niemand hier, oder? Also die sind ja Also nicht, dass sie halt Einfach Trampelfade und Fußwege wären Wow Das ist eine Werkbank Da muss ich leider hin Wie ich das kann, ohne erschossen zu werden Primärwaffe Zack Mündungsfeld Amerikanischer Schalldämpfer Das ist zumindest ein vernünftiges Ding, oder? Oh, das Ding sieht super aus Ja, aber das ist nur eine Mündungsbremse Das ist halt kein Schalldämpfer Der Impro-Schalldämpfer ist halt leider richtig kacke Das Ding ist halt schon gut Ja, wir nehmen mal das Ding Pack es drauf Ich bin glücklich Davon gibt es halt irgendwas zu looten Nice Ah, guck mal Unser Munitionsanband Äh, Arsenal Zack Wow Damit Wow Aber okay, zumindest haben wir das Set komplett Wir sehen einfach aus wie der lächerlichste Baseballspieler aller Zeiten Was du gerade gesagt Gegen Castillo haben wir keine Chance? Idiot Sag das nochmal Wer von euch beiden hat mich gerade Idiot genannt? Warst du das? Ganz froh sein, dass ich nicht so scherz bin wie Castillos Männer Ich habe gerade noch irgendwas glitzern gesehen Außer der Werkbank Haben die hier einfach ein fucking Hai aufgehängt? Jun Ich mache eure Musik aus und gehe Und was macht ihr jetzt? Na? Na? Was wollt ihr tun? Na dann Oh Ist das was, was wir einnehmen können? Ne, da sind einfach nur Leute Los jetzt Da ist ein Guerilla-Vater Würde ich ganz gerne hin Aber ich komme da nicht quer Ja, der Guerilla-Vater ist da halt auch oben Und da vorne ist Besuch Was ist denn das für ein Crosshair, Alter? Zack Wie süß er Zack Sagt Traumhaft Aber ich glaube, hier sind noch mehr Oder? Das sind zumindest Eine Menge rote Punkte auf der Map Wer macht das? Da ist der Feind Truck Scheiße Oh, ich habe Zivilisten angegriffen Ja, schade So, 500 Meter in die Richtung Alles klar Da kommen wir so schnell nicht hoch Aber hier runter Ist hier irgendwas Spannendes? Nein? Okay Seriously Jetzt hätte ich auch mal ein Pferd wiederholen können, oder? Ah, passt schon Lass uns diesen Guerilla-Fad nehmen Oh, da ist noch eine Kiste Aber auch mindestens noch ein Soldat Körperregulierung Herausvoll Was? Was? Mach das mal Umzingelte Bestie Oh, da ist noch ein Dude Oh, da ist noch ein Dude So Los, verteilt euch Vameno, amigo Hier, hier Habe ihn Er muss noch hier sein Los, fendet ihn Gehr in Deckung Ich habe gerade eine Granate auf meinen scheiß Krokodil geworfen Wo ist denn noch wer? Ich erkenne halt originalen Scheiß Habe ich einfach gerade selber in Brand gesteckt Vollidiot Da, ich sehe dich genau Bye So, da ist aber angeblich noch wärm Vielleicht ist das einfach das Pferd Ist mir auch egal Ich wollte eigentlich nur die scheiß Kiste haben Und das scheint die da zu sein Und darin ist Supremo Clever Okay Mich wurmt, dass das hier noch diese Markierung ist Denk gar nicht dran Das war der Blitz Eindeutig So Dann können wir jetzt gehen Bevor hier alles abfackelt Wir waren es nicht Zur Abwechslung Ich kann mir stolz auf die Schulter klopfen sagen Nicht meine Schuld Klaren uns einfach mal die nichtbeste Plötze Und ab geht es Ich frage mich, ob wir da noch einfach schnell reisen könnten Aber gerade möchte ich das noch nicht Wir können hier Wir müssen halt in die verkackten Berge hoch, ne? Ganz ruhig Au Sollte nicht im vollen Galopp vom Pferd absteigen Hier vorne kreuzt halt irgendwo der Guerilla-Fahrt Können wir da irgendwo hoch? Also da oben ist der wohl Aber da kommen wir so nicht hin, oder? Können wir irgendwo unten durch? Ja, wir können unten durch Ah, sieh mal an Und da kommen wir auch hoch Wobei, es ist eigentlich eher weiter unten, ne? Wir müssen gar nicht so weit hoch Aber vielleicht macht es uns das einfacher Und dann können wir mit dem Fallschirm irgendwas machen Wird schon irgendwie funktionieren, ne? Wobei, der Weg hilft uns hier halt schon einen Scheiß, ne? Na, wobei, doch, es geht Die Werkbank ist mir gerade mal egal Wir haben hier halt überall Werkbänke stehen Und dann können wir einfach hier links gehen Und laufen direkt auf unser Ziel zu Wahrscheinlich nur ein bisschen zu hoch Aber da können wir vermutlich einfach die Seilrutsche verwenden Komme ich hier irgendwo runter? Ist hier noch eine Sa- Okay, wir hopsen da einfach runter Das geht Ja, moin Ich habe ja was mitgebracht Soll ich jetzt auf den Grill Nicht? Okay Das ist Improvisationstalent Abgereichertes Uran Die Sowjets ließen uns dieses geile Nebenprodukt Der Anreicherung in den 80ern zurück Die Yankees bauen da aus Panzerung und Munition Verrückte Arschlöcher Klingt gefährlich Du wirst ein verdammter Superheld sein Die habe ich früher immer mit Lieder ins Waisenhaus geschmuggelt Pflichtlektüre, während man im Schlamm auf einen Konvoi wartet Ein Guerriero muss Inspiration aufsaugen wie ein Schwamm Okay Aber was verdammt ist das? Das Ist ein Supremo Sieht wie ein Raketenwerfer aus Si Das kann sie auch Eine Sache noch Darf ich vorstellen? Tostador Die passen zusammen wie Feuer und Flamme Ich mag deine Teftelein, Juan Ja, ich auch Hey Tostador Supremos sind wie eine heiße Affäre Oder wie ein gutes Sandwich Kann sein, dass du Hunger hast? Ja, aber vor allem geht es um mehrschichtige Sachen, Donnie Geh zur Werkbank und ich zeig es dir Zeig's mir Supremos sind nicht nur einfache Zerstörungswerkzeuge, Donnie Sehen wir uns diesen Supremo mal an Die besondere Zutat, die alles möglich macht, ist Supremo-Kleber Du brauchst ihn, um Hilfsmittel herzustellen Wähle ein Hilfsmittel, Donnie Kein Risiko Hier gibt es keine falschen Antworten Markiert Gegner in der Nähe Sprengsatz, der nach einer bestimmten Zeit explodiert Effektiv gegen Fahrzeuge Sprengsatz effektiv gegen Personen Eine lautlose Wurfwaffe Und dafür brauch ich einen fucking Supremo? Ja, wir können halt E2 machen, wenn ich das richtig sehe Also wir haben Halt genug Stuff Raucherzeugendes Gerät, das Sichtlinien stört Na Molotow-Cocktail Das können wir Ach, das ist schon drin, oder? Hier nochmal rausgehe Ich kann hier nicht rausgehen, wir müssen was nehmen Ähm Okay, gib mir das Dynamik gegen Fahrzeuge Jetzt sprich mit Clara Es wird Zeit, den Supremo Malgassi zu führen Ne Ich würde gerne nochmal auf den Supremo Weil der hat noch einen zweiten Hilfsmittel-Slot Und wir haben noch Möglichkeiten Ich würde schon noch ganz gerne die Wurfmesser mitnehmen Einfach um zu gucken Was geht hier so um? Weichzielschutz Die Verteidigung gegen Weichzielgeschosse wird leicht erhöht Verteidigung gegen Panzerbrechner-Munition wird erhöht Kannst mehr Seitenwaffen-Munition Also Pistolen-Munition bei dir tragen Ausdauer regeneriert sich schneller Ja, ist vollkommen logisch Wir schnallen uns ein richtig fettes Dinget auf den Rücken Mit Uran drin Und wenn wir da noch Kleber und Glas reinpacken Dann regeneriert sich unsere Ausdauer schneller Das macht Sinn Ähm Okay, da können wir noch nichts nehmen Was ist das da unten? Aussehen Passe dein Aussehen an Okay Ähm Will ich das machen? Schadet wahrscheinlich nichts Okay Können unsere Seitenwürfe noch verbessern Wir können auf jeden Fall die Pistole mal ausrüsten Die sieht fancy aus Waffenschaden mit gezielten Schüssen erhöht sich Herzzerreißer Waffenschaden durch Körpertreffer wird erhöht Okay Und Panzerbrechner-Munition Klingt super Ich würde schon ganz gerne Kann ich die ausrüsten? Aber mit Rechtsklick Okay Gut Ähm Ich glaube das Ding Gassi führen Zumal der Einsatz jetzt abgeschlossen ist Jetzt rede mit Clara Es wird Zeit den Supremo sinnvoll einzusetzen Guerriero Ja Hilfsmittel Öffne das Kuhwaffenrad und wähle Hilfsmittel aus Ah, mit mittlerer Maustaste machen wir das Das ist ein großes Krokodil Okay, Waffenrad Glaubst du echt, dass wir die Blockade durchbrechen? Clara glaubt das Aber was glaubst du? Okay, ich habe diese Uhr bekommen Ich habe diese Uhr bekommen Ich habe diese Uhr bekommen Koop-Modus jetzt verfügbar Spannend Ich würde gerne das Waffenrad Okay, das kann ich jedoch auch einfach nicht Gut, wir müssen mit Clara sprechen Aber was ich sagen wollte ist Das machen wir In der nächsten Folge Bis dahin Vielen Dank fürs Zusehen Angenehmen Tag noch Und macht's gut, haut rein Und tschüss